Guten Tag, Herr Doktor. Ja, ja, auf Wiedersehen. So, Frau Waldhauser, tut mir leid, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Nun bin ich aber voll und ganz für Sie da. Es geht also um die Untersuchung von Ihrem ungeborenen Kind, richtig? Ja, genau, Herr Doktor. Gut, dann wollen wir doch mal schauen, was die Untersuchung so ergeben hat. Ja. Wir fangen am besten gleich mit dem Positiven an, ja? Oh ja, Herr Doktor. Gutes hört man ja besonders gern, nicht wahr? Die positive Nachricht ist, dass der Kind später überall parken darf. Hä, hä?